Hallo und herzlich willkommen. Ihr wollt bessere Videokonferenzen machen? Dann seid ihr heute genau richtig. Die wichtigsten Tipps für besseres Bild und besseren Ton gibt es hier. Ja, besseres Bild, besserer Ton. Was können wir da machen bei den Videokonferenzen? Videokonferenzen werden ja immer wichtiger in diesen Zeiten und ich kann euch garantieren, die werden uns auch noch erhalten bleiben. Und Videokonferenzen leben natürlich von gutem Bild, gutem Ton und wenn ihr das schön machen wollt, achtet einfach mal auf ein paar Kleinigkeiten. Zum einen, wir sehen ja hier schon, normal, das Notebook steht unten am Tisch. Ich sitze dann so da drüber und gucke dann halt so da drauf. Und wenn ihr euch das Bild anschaut, das ist natürlich eher blöd vom Ausschnitt her. Man sitzt dann so da drüber und ist alles so. Tipp also, einfach ein paar Bücher, eine Kiste oder so etwas nehmen, um das Notebook höher zu bringen. Und schon haben wir da einen deutlich besseren Ausschnitt, sieht deutlich besser aus. Hier seht ihr übrigens auch nochmal gleich einen anderen Tipp. Gutes Bild heißt immer auch gutes Licht. Und hier habe ich eine Geschichte angebaut, einfach einen Sauknapp hinten dran gemacht. Und das Lume Cube R. Ich habe zum Fotografieren ja immer sehr gerne die Lume Cubes dabei. Und das hier ist das Lume Cube R. Das ist so die kleine Version des Ganzen. Das geht also prima dafür. Und um das Licht noch angenehmer zu machen, einfach vorne so ein Silikonhäubchen drauf machen. Das wird auch gleich mitgeliefert. Und schon hat man da einen sehr, sehr guten Ton und gutes Bild, weil gutes Licht. Und einfach mit dem Sauknapp festgemacht. Sehr schöne Geschichte. Das also bitte nutzen und in die Höhe gehen. Wenn ihr das nicht mit dem Notebook macht, sondern halt mit einem Smartphone oder mit einem Tablet. Macht das bitte auch. Geht damit in die Höhe. Nicht einfach das Tablet oder das Smartphone irgendwo weit unten und man guckt dann so da drauf. Möglichst in die Höhe und es sieht dann natürlich besser aus. Dafür gibt es natürlich dann auch jede Menge Geräte dazu. Smartphone Halter. Ihr habt sicherlich sowas. Da gibt es bessere und schlechtere. Es gibt natürlich auch welche, die richtig gut sind. Ich habe hier von meinem geliebten Stativhersteller Leo Foto eines. Das ist dann auch nicht einfach nur Plastik, sondern das ist dann auch eine vernünftige Geschichte aus Metall mit einem vernünftigen Knopf zum Festdrehen. Das sitzt also wirklich dann ganz toll drin. Und wir haben da noch dann die Möglichkeit für die Fotofreaks unter euch. Das hat einen AK-Swiss Anschluss. Also nicht nur das normale Viertelzollgewinde, sondern auch AK-Swiss. Sodass ich es dann halt auch auf meinen Schnellkupplungskopf sofort draufsetzen kann. Also das ist eine geniale Geschichte. Wenn wir schon bei diesen Smartphone Haltern sind, da gibt es auch noch ganz Clevere. Das ist im Prinzip das Gleiche. Hier direkt mit einem kleinen Tischstativchen dabei. Sodass ich das dann auch wieder auf meinen normalen Tisch oder irgendwo erhöht draufstellen kann. Das ist also eine geniale Geschichte. Und natürlich auch für das Tablet, das nicht einfach irgendwo an den Boden stellen, sondern erhöht stellen. Und auch da gibt es sehr, sehr schöne Halter, wo ich das dann einfach reinlege, die dann auch in der Regel in der Größe verstellbar sind. Das hier ist jetzt eins, wo also die normalen Tablets mit reinpassen. 300 Millimeter Auszug. Es gibt dann auch welche mit 500 Millimeter Auszug. Für zum Beispiel mein iPad Pro, das große 12-Zollige. Da brauchen wir natürlich dann schon eine Nummer größer. Und auch hier Viertel Zoll und Dreiechtel Zoll und ARCA Swiss Befestigung. Sodass wir es dann einfach auf dem Stativ befestigen können. Und dann sieht das Ganze natürlich dann schon deutlich besser aus. Das Thema Bild also mit dem Thema Befestigung. Da gibt es dann auch nochmal, da mache ich aber nochmal ein extra Video darüber. Spezielle Halterungen, auch nochmal spezielle Führungen, wenn ich das mit ein bisschen Bewegung machen möchte. Also das ist eine coole Geschichte. Und das Thema Bild, wie gesagt, wichtig, dass auch das richtige Licht dabei ist. Das kann also mit dem kleinen Lume Cube, was natürlich super kompakt dann auch ist. Das kann dann auch, wenn ich sowieso ein größeres Panel habe, kann ich das auch mit so einem größeren Panel haben. Da gibt es das auch von Lume Cube oder hier ein Nanlite. Also da gibt es verschiedene, mit denen ich das machen kann. Ich kann aber auch hingehen, das Bild dadurch verbessern, wenn ich jetzt normal am Rechner sitze, das nicht mit der eingebauten Webcam machen, sondern mit einer besseren Webcam. Vielleicht sogar eine, die dann auch nochmal einen besseren Ton hat. Und die kann ich natürlich dann auch super leicht einfach Stativchen. Und dann habe ich also da schon mal eine deutlich bessere Höhe, mit der ich dann arbeiten kann. Also solche Dinge, das ist jetzt das Zoom Q2N4K, also eine hervorragende Geschichte. Da verlinke ich auch nochmal unten Videos, weil mit dem, den kann ich auch hervorragend streamen. Das also zu dieser Geschichte. Ich schalte hier mal wieder um auf die normale FaceTime Kamera. Ich kann natürlich, aber das ist dann was für die Profis, dann auch sehr einfach eine normale Kamera, die ich habe. Anschließend gibt es dann entsprechende Adapter, wo ich dann also HDMI auf USB machen kann und das dann also auch in meinen Rechner reinstecken kann, sodass ich da einfach mit einer normalen Kamera, so wie ich es jetzt ja auch habe, mit einer normalen Kamera dann arbeiten kann. Das zum Thema bestes Bild. Und der Ton ist natürlich dann auch immer ganz wichtig, vor allem wenn die Umgebung nicht ganz so ruhig ist, ist es natürlich besser, wenn ich nicht mit dem eingebauten Mikrofon, was vielleicht so 70, 80 Zentimeter entfernt ist, vielleicht sogar einen Meter entfernt ist und in der Regel natürlich auch nicht so doll ist in dem Notebook, sondern mit einem besseren Mikrofon arbeite. Hier hätte ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Hier ist ja auch ein hervorragendes Mikrofon eingebaut in den Zoom Q2. Ich kann aber auch mit normalen, anderen Mikrofonen arbeiten. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt Podcasts mache, zum Beispiel mit einem Mikrofon, das ich normalerweise für andere Dinge verwende, das auch einsetzen, das ist das Rode PodMic. Ich kann hingehen, wenn ich ein Kameramikrofon habe, das natürlich dann auch an mein Notebook dran schließen. Wenn ich ein großes Kameramikrofon habe, auch das kann ich natürlich dann an mein Notebook anschließen. Hier nur bitte dran denken, je nachdem, wie die eingangsseitig sind. Es gibt zwei verschiedene Anschlussarten, sowohl bei den Telefonen, Tablets wie auch bei den Notebooks. Und zwar, das vergrößern wir ja erstmal, halt, da muss ich erstmal auf die andere Kamera gehen. Okay, und wir haben ja zwei verschiedene Anschlüsse. Wir sehen hier schwarz, das normale dreipolige, das kennt ihr von Mikrofonen und Kopfhörern her. Das ist der sogenannte TRS Tip Ring Sleeve Anschluss. Wir haben aber bei den Handys, bei den Tablets und auch bei vielen Notebooks haben wir ja den sogenannten TRS Tip Ring Ring Sleeve. Hier, wo haben wir es? So, ich stelle mal kurz scharf. Tip Ring Ring Sleeve, weil hier haben wir ja nicht nur entweder Mikrofon oder Kopfhörer, sondern über diesen Anschluss ist ja dann Kopfhörer und Mikrofon ran. Das ist also eine ganz wichtige Geschichte. Wenn wir das also kennen, können wir dann auch einfach mit Adaptern arbeiten. Das hier ist zum Beispiel jetzt so ein Adapter von dem dreipoligen auf ein vierpoliges, sodass ich das also auch entsprechend anschließen kann. Sprecht da einfach mal mit eurem Fotohändler, der kann euch da helfen. Diese vierpoligen kennt ihr übrigens auch. Die normalen Kopfhörer, die bei den meisten Telefonen ja mitgeliefert werden, haben auch diese vier Pole. Und das könnt ihr übrigens auch verwenden. Ihr könnt diese Dinge einfach an euer Notebook, an euer Telefon anschließen und habt dann auch schon mal einen besseren Ton. Zum einen hört ihr das im Zweifelsfall auch besser bei stärkeren Störgeräuschen. Ich denke an die Kinder, die da irgendwo rumrennen. Aber auch andere Umgebungsgeräusche, die vielleicht denn da sind. Und man hat hier ja dann ein Mikrofon auch eingebaut, was relativ nah dann ist. Ob das jetzt die kabelgewundene Variante, wo ihr vielleicht nochmal einen Adapter braucht, oder aber die kabellose Variante ist, so Earpods oder andere Dinge von den verschiedenen Herstellern, also so Bluetooth-Kopfhörer, die ja dann auch ein Mikrofon eingebaut haben. Das kann ich auch machen. Man kann aber auch natürlich besonders gute verwenden, wie hier jetzt. Das hier ist jetzt eine Geschichte von Sennheiser. Die nehme ich eigentlich auch gerne als Geräuschunterdrückungskopfhörer bei Flügen oder anderen Dingen. Das ist das Ambeo Smart Headset, weil wir hier nämlich auch hervorragende, wirklich hervorragende Mikrofone eingebaut haben. Die sind für Dinge gedacht, der Ältere kennt das vielleicht noch unter Kunstkopfstereophonie. Und hier haben wir wirklich so komplett 360 Grad tolle Stereoaufnahmen in der Wahnsinnsqualität. Also das kann man damit auch machen. Das ist allerdings für eine Videokonferenz vielleicht ein bisschen Overkill, aber lieber zu gut als zu schlecht. Also das zu den verschiedenen Mikrofonen. So ein Mikrofon übrigens, das ist gleichzeitig nämlich auch ein USB-Mikrofon. Das ist das neue VideoMic NTG von Rode. Das ist gleichzeitig ein normales Mikrofon für auf die Kamera, wie aber auch ein USB-Mikrofon. Es gibt natürlich dann auch spezielle USB-Mikrofone. Vielleicht habt ihr sowas auch schon, wie hier ist das NT-USB, wo ich also auch eigentlich für Podcasts gedacht, aber natürlich dann auch super sprachverständlich, das denn da mit reinbringen kann. Das kann so normal sein. Das kann auf so einem Tischstativchen stehen. Also das zu dem Thema besseres Bild, besserer Ton. Und bei dem Thema besserer Ton, denkt dann bitte auch dran, wir können ja hier bei den Einstellungen in den verschiedenen Programmen, ich habe jetzt hier als Beispiel mal Zoom drin, haben wir natürlich dann auch immer das Thema Audio. Und hier kann ich dann auch hingehen, das Mikrofon entsprechend einstellen. Hier ist jetzt das eingebaute Mikrofon. Ich kann das natürlich aber auch dann mit anderen Dingen einstellen, wie zum Beispiel auch den hervorragenden Mikrofon, das wir hier eingebaut haben. Also da alle Möglichkeiten, bitte dran denken, ordentliches Bild, ordentliches Ton, da setzt ihr euch auch ein bisschen ab von den normalen Geschichten. Richtiges Licht, richtig Positionierung der Kamera und bitte für einen vernünftigen Ton sorgen. Und dann klappt es auch mit der Videokonferenz. Viel Spaß bei der nächsten Videokonferenz. Und denkt dran, sprecht euren Fotohändler drauf an, ich verlinke unten mal ein paar. Die kennen sich da aus, die wissen, was da Sache ist, wie das alles funktioniert. Die kennen sich auch bei den Mikrofonen aus. Sprecht sie an und viel Spaß bei der nächsten Konferenz.